Seid gegrüßt Gaming-Freunde für eine weitere Folge von Assassin's Creed Unity. Hier ist euer Don. So, willkommen liebe Gaming-Freunde. Wir gehen hier auf eine Prise Geschichte zu. Der Prinz ist noch am Leben. Ich fasse es nicht. Mein Gott, der Prinz. Er lebt noch. Einige Menschen glauben einfach alles, oder? Ihr solltet nicht alles glauben, was ihr liest. Die Templer halten den Prinzen als Tauschmittel, haben aber das Interesse verloren. Nicht gut für den Prinzen. Die Assassinen wollen wissen, was er weiß. Doch die Templer töten ihn, wenn wir ihn nicht mit einem Boot aus Paris schaffen. So gut wie erledigt. Okay, gehen weiter im Such. Sofort stehen bleiben! Ich muss nichts weg! Bürger! Buddha! Halt! Komm! mal kaputt, gleich noch hier noch hier! Nicht gut! Wo willst du hin? Hey du, halt einen Moment stehen. Komm hier rüber. Ich gebe dir meine... Ich gebe dir meine Brüder, ich gebe dir meine Brüder. Du hattest es verdient. Du und Dein ist gleich. Ok, das ist gut überlaufen. Oh, ich brauche auch noch etwas mediziner. Die Nation wird deinesgleichen nicht vermissen, bist wie. Ich habe keine Angst, oder? Die Nation wird nicht gescheitert. Das ist besser. Wir wollen uns erst einmal den Scharfschützen runter holen wir uns erst einmal den Scharfschützen runter. Bürger! Einen Moment! Bürger! Du da! Halt! Bürger! 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 Bitte, meine Ocke. Oh! Okay, nun läuft er endlich. Lass uns gehen, das Boot wartet. Aber ich werde seekrank. Natürlich. Natürlich. Okay. 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 Bye. Okay. 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 Sei gegrüßt, Arnaud. Doch es gab eine Verwechslung. Das ist nicht der Prinz. Das soll wohl ein Scherz sein. Wartet, ich war der Knecht des Prinzen. Wir wuchsen zusammen auf. Was du weißt, ist dennoch wichtig für uns. Du bist bei uns sicher. Wenigstens etwas. Okay, so gut, das war es für den kleinen Prinz. Mit irgendwie mindestens fünf Anläufen.